Demenz verstehen und begegnen. Herzlich willkommen zu einer Podcast-Reihe der Fachabteilung für Altersmedizin am Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich. Mein Name ist Sabine Zimmer und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Fachabteilung und vielen Experten der Klinik möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen zur Erkrankung sowie vor allem praktische Tipps geben für den Alltag, für die Pflege, die Kommunikation und ein gelungenes Miteinander mit Menschen, die demenzielle Veränderungen erfahren. Unser heutiges Thema dreht sich um den Krankenhausaufenthalt. Welche Vorbereitungen sind nötig? Welche Tasche kann ich womit vorher packen? Welche Unterlagen sind wichtig? Das soll ein erster Teil sein und der zweite wird sich dann auf den Aufenthalt selber fokussieren, vor allen Dingen auf Patienten mit demenziellen Veränderungen. Dazu haben wir heute zwei Experten eingeladen. Einmal Frau Brigitte Krämer-Ehlen, Bereichsleiterin bei uns für Innere Medizin und Altersmedizin und Frau Claudia Schmitz, stellvertretende Stationsleitung für Altersmedizin am Kusanus Krankenhaus in Bernkastel-Kuhs. Ja, mein Name ist Brigitte Krämer-Ehlen, ich bin Bereichsleitung der Geriatrie und Innere. Mein Thema ist, was brauche ich bei einem Klinikaufenthalt? Was ist wichtig für die richtige Vorbereitung? Wichtig ist es, den Aufenthalt so kurz wie möglich zu gestalten, da die Gefahr des Delirers oder psychische Dekompensationen und die Symptome entwickeln sich vermehrt bei den Patienten und man hat im Endeffekt das Gegenteil erreicht. Aus diesem Grund sollte bei der Aufnahme von den Angehörigen Versicherungskarte, Vorbefunde wie Labor, EKG, CT, Röntgenbefunde schon vorliegen, aktueller Medikamentenplan, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht und auch Ausweise wie Makuma-Ausweise, Prothesenausweise, um zu gucken, was ist der aktuelle Stand, wo müssen wir an der Diagnostik weiterarbeiten. Um einen guten Start für den Aufenthalt in der Geriatrie fortzuführen, ist es wichtig, bequeme Tageskleidung dabei zu haben, Hygieneartikel wie Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm, Nachtwäsche ist wichtig zum Wechseln, dann nur so viel Geld parat zu haben, dass man Getränke kaufen kann, Zeitung oder Telefonkarte, Jogginghose und Turnschuhe für die Patienten, damit sie nicht eingeengt sind in den Therapieeinheiten, festes Schuhwerk und geschlossene Hausschuhe wegen der Sturzgefahrsicherung. Persönliche Utensilien wie Fotos, Bücher oder Handarbeit können auch mitgegeben werden. Wenn also Hilfsmittel schon im Vorfeld vorhanden sind, können diese gerne mitgebracht werden, wie Rollatoren und Rollstühle. Was noch wichtig ist in der Geriatrie, würde meine Kollegin Claudia Schmitz Ihnen vorstellen. Also mein Name ist Claudia Schmitz, ich bin die stellvertretende Stationsleitung auf der Akutgeriatrie hier in Bernkastel-Kuhs und ich stelle Ihnen jetzt das zielgerichtete Konzept der Geriatrie vor. Einmal fällt darunter die Erhaltung und Förderung der demenziell erkrankten Patienten. Dann fällt einmal die Kommunikation und die Umgangsform darunter. Da passen wir uns je nach Entwicklungsstand des demenziell erkrankten natürlich auch an. Da kann es auch mal vorkommen, dass wir den Patienten mit dem Vornamen ansprechen, weil je nach fortgeschrittener demenziellen Erkrankung der Patient mit seinem Nachnamen sich nicht identifiziert oder etwas damit anfangen kann. Dann kommen wir zur Biografie und Milieugestaltung. Das fällt ein Stück weit zusammen. Da ist es wichtig, dass wir die Hilfe von den Angehörigen haben, dass die uns im Grunde erzählen, was hatte der Patient für einen Beruf. Gab es Ereignisse, die den Patienten im Negativen geprägt haben, dass wir im Grunde manche Situationen einfach schon von ihm weghalten können, wo er in Stresssituationen einfach eingelangen könnte. Und Stress für demenzielle Erkrankte wirkt sich natürlich auch immer noch auf seinen Entwicklungsstand negativ aus. Dann kommen wir zum organisatorischen Ablauf. Wir sind ein großes interdisziplinäres Team und arbeiten mit verschiedenen Berufsgruppen zusammen. Darunter fällt einmal das Ärzteteam, das Pflegeteam, das Therapeutenteam, was aus Ergotherapie, Logotherapie und Physiotherapie besteht. Und der Sozialdienst kommt noch dazu. Wir wollen natürlich die bestmöglichste Versorgung für den Patienten haben. Das kann darin bestehen, dass der Patient im besten Falle natürlich zu Hause versorgt wird mit den Angehörigen, zusätzlich Essen auf Rädern erhält, einen Hausnotruf hat und der Pflegedienst kommt. Dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass der Patient im Pflegeheim untergebracht wird in Kurzzeitpflege für eine kurze Zeit oder je nach Erkrankung auch als vollstationär. Wichtig ist natürlich dann, dass wir die Balance für den demenziellen Erkrankten finden, ihm die Freiheit zu geben, weiter so zu leben, wie er es in seiner Welt für richtig hält, aber wir von außen ihm die Sicherheit geben, dass nichts passieren kann. Für weitere Informationen dazu, was man vorbereiten möchte, was man mitbringen möchte beim Krankenhausaufenthalt, darf ich Ihnen auch das Faltblatt der Altersmedizin empfehlen. Sie finden es auf unserer Internetseite unter www.verbund-krankenhaus.de auf den Seiten der Fachabteilung für Altersmedizin im Downloadbereich. www.verbund-krankenhausaufenthalt.de www.verbund-krankenhausaufenthalt.de www.verbund-krankenhausaufenthalt.de